Grünen Kapitalismus haben wir nicht. Aber Die Linke hat viel zu bieten zum sozial-ökologischen Umbau, der notwendig ist. Wir haben fundierte Analysen, Kritik am System, ganz konkrete Alternativen und Vorschläge, was man anders und besser machen kann. Alles zusammen haben wir gesammelt an einem Ort, auf der Homepage NachhaltigLinks. Ein grüner Baum wächst nur auf rotem Grund. Darum nachhaltiglinks.de. Wir sagen, warum ein Atomausstieg ins Grundgesetz gehört. Wir sagen auch, warum Gorleben nicht als Endlager geeignet ist und warum die anderen Parteien für einen Atomausstieg bis 2022 sind. Und wir zeigen Fakten auf. Wir sagen, wer die Drecksarbeit macht in den AKWs, nämlich die Leiharbeiter. NachhaltigLinks ist ein neues Projekt. Von und für Linke. Klein wie groß geschrieben. Viele machen mit. Zum Thema Mobilität sagen wir, dass die solidarisch sein muss. Und da geht es nicht, dass man einfach mit Elektroautos weiterfährt. Das ist ein Holzweg. Wir haben einen großen Bereich zum Thema Bahn. Dort kann man nachlesen, warum die Bahn so schief läuft und unsere Vorschläge, wie man eine Bahn der Zukunft wirklich für alle gestalten kann. Wir zeigen, wie der CO2-Emissionshandel funktioniert und wo die großen Löcher die Scheunentore sind. Wir zeigen auch, warum bei den UN-Klimaverhandlungen blockiert wird und wer das macht und aus welchen Interessen heraus. Und wir sagen, wir wollen keine CO2-Verklappung unter die Erde, denn das halten wir für Wahnsinn. Und wir meinen auch, das muss bekämpft werden. Politik wird nicht nur an Parlamenten gemacht. Es braucht Druck von der Straße. Wir berichten von Kämpfen für Klimagerechtigkeit, gegen die zerstörerische Wachstumslogik, für Energiedemokratie. NachhaltigLinks bewegt. Nutzt die Sommerpause, stöbert auf NachhaltigLinks, nehmt, was ihr brauchen könnt und besucht uns immer wieder. Uns gibt es auch auf Facebook. Werdet Freundinnen und Freunde und ihr bekommt regelmäßig Informationen und gebt uns natürlich Feedback. Musik